Zu viel Küssen macht die Lippen kaputt. Pass also auf, wenn dein Partner zum Beispiel einen sehr starken Bart hat und das die ganze Zeit an deinen Lippen dran reibt, kann es tatsächlich zu einer Reaktion kommen. Das zweite ist außerdem, bei sehr langen Zungenküssen, vor allem wenn auch der Speichel um den Mund herum geht, kann es dazu führen, dass ein sogenanntes Lippen-Leg-Eksem entsteht und das heißt eine Rötung und eine Irritation.